Ein New Yorker Industrieloft, mitten in Aflans. Möglich macht das das Vokalensemble Orange Maus. Sie bringen das Rockmusical Rant hier auf die Bühne. Damit hat sich für die Leiterin und Darstellerin Sarah Hutzek ein Traum erfüllt. Ich habe das Musical Rant vor ungefähr zwölf Jahren gesehen, das erste Mal, und war einfach sofort begeistert. Und man dachte, boah, das würde ich gerne mal machen. Und so vor circa eineinhalb Jahren habe ich dann so engere Freunde gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass wir das auf die Bühne bringen. Und die waren Gott sei Dank verrückt genug, um Ja zu sagen. Und so ist es dann entstanden. Rant erzählt die Geschichte acht junger Künstler und Freidenker, die keinen Platz in der Gesellschaft haben. Das Musical weicht brisanten Themen nicht aus und thematisiert Homosexualität, Aids und Rassismus. Natürlich wird es immer Leute geben, die ein bisschen pikiert sind vom Thema. Aber ich denke mir, heutzutage sollte man da keine Schäume haben. Und es spielt ja sowieso nur auf Themen an, die schon bekannt sind. Ohne jetzt irgendwie mit dem Zaunpfeil zu winken oder so. Es gelingt dem Darsteller noch ganz natürliche und offene Art, diese Themen anzusprechen. Man darf sich einfach nicht scheißen. Es muss sein, wie man ist. Und man muss das Ding einfach rumbringen auf der Bühne. Ja, und das ist dem gesamten Ensemble perfekt gelungen.